Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist auf Deutschlands ersten Maler- und Verkehrer-Podcast, die Chronik eines Malermeisters. Gesprungen von mir, Malermeister Max Thiegel, und heute in dieser 45. Podcast-Folge geht es um das Gesetz der Anziehung. Ja, ja, ich weiß, ja, schönes Thema. Es gibt schon seit 1877, wurde es zumindest mal erwähnt, beziehungsweise umformuliert, zu dem, was wir heute kennen, das Gesetz der Anziehung, von einer Person, die ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf weiß. Ich werde es dir auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung nochmal, ja, hinschreiben, wer das genau so formuliert hat zuerst. Und ja, bevor wir ins Thema einsteigen, weil es dich übrigens jeden Tag mit begleitet und vielleicht den einen oder anderen unbewusst, den einen oder anderen wie mich zum Beispiel, sehr bewusst, der das erlebt, und möchte ich da auch so ein bisschen tiefer ins Detail gehen, aber nicht zu tief, dass es dann irgendwann so theoretisch platt und langweilig klingt. Auf jeden Fall, bevor wir einsteigen, möchte ich dir noch erzählen, ich hatte gerade eine Überflutung vor meinem Schreibtisch, ich wollte gerade anfangen, habe mein volles Glas Wasser einfach umgekippt auf meine Technik hier und habe erstmal alles so gut wie es geht trocken gemacht, habe aber auch das Positive drin gesehen, es war nämlich die beste Reinigung seit einiger Zeit vor meinem Schreibtisch. Er ist also an manchen Stellen so sauber wie noch nie und deswegen immer das Positive drin sehen, es hat auch irgendwo was Gutes. Dementsprechend möchte ich dir dazu noch sagen, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, ja, richtig, mach keine Limonade draus, sondern nimm dir einen Tee mit einem Spritzer Zitrone, ist viel gesünder. So, und jetzt gehen wir ins Gesetz der Anziehung. Es besagt, dass positive Einstellungen und Denken positive Dinge anziehen. Ja, also wenn du immer positiv denkst und eine positive Grundeinstellung allein schon zum Leben hast oder zu dem, was du tun möchtest oder so, dann ziehst du auch positive Dinge an. Heißt nicht, dass dir auch mal miese Dinge passieren können, aber du nimmst diese positiven Dinge viel mehr wahr. Du hast einen größeren Fokus drauf. Ja, das gleiche gilt für negative Einstellungen und Gedanken. Wenn du negative Einstellungen und Gedanken hast, hegst und pflegst und dir eine richtige Synapsen-Autobahn in deinem Kopf aufbaust, die fast nur aus Negativität besteht, dann ziehst du auch oder siehst du auch mehr die negativen Gedanken und ziehst sie auch mehr an dadurch. Beispiel zum Beispiel, würde ich immer sagen, Beispiel zum Beispiel zum Positiven. Heute wird mein Tag. Es kann kommen, was wolle. Und das ist jetzt zum Beispiel nicht nur eine Aussage, das ist eine Einstellung, das ist ein Gedanken, den ich pflege zum Beispiel. Und darauf folgt der Fokus auf positive Dinge. Das bedeutet, man hilft auch mal eine Oma über die Straße. Ja, man hat diesen Fokus, wem kann man denn heute was Gutes tun? Vielleicht mal Geld spenden, vielleicht Obdachlosen mal eine Geschichte anhören oder so, wie ist er da hingekommen. Mal ein bisschen Geld spenden, überhaupt Geld spenden an Organisationen, wo du weißt, es kommt da an. Und mal ein bisschen recherchieren bitte vorher, ob das wirklich da ankommt oder ob die nicht, die Kleidung zum Beispiel, die du spendest, ob die nicht einfach nur neu machen und weiterverkaufen, gibt es auch. Müsst ihr wirklich aufpassen. Menschen im Allgemeinen helfen, dir etwas Gutes tun, vergiss dich selber nicht. Es zeugt nicht von Egoismus, finde ich, sondern wenn jeder an sich selbst denken würde oder zuerst an sich selbst denken würde, wäre jedem geholfen auf dieser Welt. Das ist wirklich so. Muss man drüber nachdenken. Habe ich eine Zeit lang gemacht, irgendwie stimmt das wirklich. Wenn jeder zuerst an sich selbst denken würde, wäre jedem auf dieser Welt geholfen. So, wenn du dir etwas Gutes tust, habe ich jetzt zum Beispiel mein Lieblingssmoothie drin oder so. Den haben wir letztens mal wieder geholt. So ein Cookie Monster nennt er sich das recht lecker. Ja, und so weiter. Und das Gleiche gibt es nochmal für die negative Seite. Und zwar, wenn du dir denkst, scheiß Montage, heute ist schon wieder scheiß Montag, dieser Tag kann nur stressig und blöd werden. Dann hast du den Fokus gesetzt auf alles Negative, was ja an diesem Tag passiert. Ja, was diesen Glauben unterstützt im Prinzip. Ja, du hast diesen Glaubenssatz heute oder überhaupt Montag sind doof. Hast du den Glaubenssatz, ja. Nennt man so. Du hast einen Glaubenssatz. Dieser Glaubenssatz kannst du dir vorstellen als Tisch. Und ein Tisch hat vier Tischbeine. Ja, in der Regel hat er vier Tischbeine. Und jedes dieser Tischbeine ist quasi ein Beweis. Also du sammelst Beweise, damit dieser Tisch vier Tischbeine hat, damit er steht. Und dieser Glaubenssatz ist quasi der gesamte Tisch, ist diese Tischplatte zuerst, ja. Du hast also im Kopf scheiß Montage, das ist die Tischplatte. Und jetzt sammelst du Beweise, warum Montage scheiße sind. Zum Beispiel, du hast montags noch mehr Stress als zum Beispiel Freitag. Oder montags ist dein stressigster Tag oder so. Zack, erstes Tischbein. Oder am Montag sind nur negative und unfreundliche Menschen unterwegs. Nur Arschlöcher unterwegs. Zack, zweites Tischbein. Und so weiter und so fort, bis du vier Tischbeine erreicht hast. Und diese vier Beweise reichen aus, dass dein Glaubenssatz ein fertiger Tisch ist. Der steht. Der steht in deinem Kopf, ja. Und um den wieder wegzubekommen, übrigens brauchst du einen anderen Tisch, der genau das Gegenteil aussagt, wo du dann den Fokus auf diese positiven Dinge siehst. Warum Montage ein Tag wie jeder andere sein kann, ja, zum Beispiel. Ist jetzt aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall denkst du dir so, scheiß Montage, dieser Tag kann nur stressig und blöd werden. Jetzt hast du den Fokus auf diese negativen Sachen. Und dementsprechend nimmst du an diesem Tag nur unfreundliche Menschen wahr. Du bist vielleicht selbst unfreundlich zu anderen, damit du sozusagen auch nochmal so ein Katalysator bist. Du beeinflusst es selber, dass dein Glaubenssatz wahr wird. Montage sind scheiße, weil dir gegenüber steht vielleicht ein positiver Mensch. Du bist aber sehr negativ zu ihm, weil Montage scheiße sind. Und er spiegelt dein Verhalten und kommt dir unfreundlich zurück. Das heißt, du nimmst ihn auch als unfreundlichen Menschen wahr. Richtig krass. Ja, du motzt vielleicht selber wild um dich herum oder hast miese Laune vom Grund auf und hast vielleicht auch eine kurze Zündschnur, ja. Und das ist einfach, ja, nicht so ratsam. Also ich hab mal übrigens, das hab ich dir vielleicht auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, weiß ich gar nicht überhaupt, ob ich es nur meiner Freundin erzählt hab. Also, auf jeden Fall, ich hatte mal an einem Montag, da bin ich nochmal, wir fangen ja so 7.30 Uhr an zu arbeiten und 7.15 Uhr oder so war ich nochmal beim Netto. Und da war ich beim Netto und dann war da eine Kassiererin und die hatte so die Einstellung scheiß Montag und das hab ich schon aus der Ferne gesehen. Und die hat wirklich jeden, der in ihre Kasse herangetreten ist, hat sie immer laut ausgeatmet, so. Und hat so richtig komische Sachen gesagt. Und ich, mit meiner positiven Grundeinstellung alleine schon, ich komme ja keinem, ich schieße ja dann nicht jemanden vor den Bug, der es uns nicht auch verdient hat. So, und die kommt mir dann so ein bisschen, ja, hier, heute kann nur ein doofer Tag werden, hab ich gesagt, nö, muss er nicht, oder? Und dann hat sie gesagt, naja, kommt auf die Leute drauf an. Und dann denke ich mir so, hä, warum kommt es nicht auf dich selber drauf an, wie dein Montag wird? Lass doch die miesesten Leute kommen als Kunden, die du dir vorstellen kannst, wenn du dich selber nicht angegriffen fühlst, weil die können dich ja gar nicht meinen, die kennen dich ja gar nicht zum Beispiel, oder den nicht selber so zurückkommst, nicht spiegelst und selber so zurückkommst, dann kannst du eigentlich nur ein guter Tag werden, oder nicht? Ja klar, läuft dann ein guter Montag vielleicht auch ein bisschen anders ab, wenn positive Menschen zu dir kommen und was kaufen und noch ein kleines Gespräch mit dir anfangen oder so, was vielleicht auch aufbaut und nicht nur so, äh, und ich habe noch mehr Krankheiten und bäh und oh, ja, das ist doch ekehaft, ähm, dann kannst du eigentlich nur ein guter Tag werden, oder? Ja, also ich denke mir auch, wenn du alleine schon immer mit positiver Einstellung rangehst und dir selber auch sagst, egal was kommt, es wird mein Tag, dann kann doch eigentlich selbst ein Montag nicht scheiße werden, ja. Das soweit zum Gesetz der Ernst Jung. Ich will trotzdem noch eine ganz kleine Geschichte anreißen, und zwar hatte ich mal einen Kunden, das war wirklich der mieseste Kunde, den ich mir jeweils hätte vorstellen können, der hat dann allem was auszusetzen und war überperfektionist. Und ich will behaupten, ich kriege schon richtig scharfe Kanten hin, wir kriegen, äh, wir kriegen auch, ähm, Deckenexel und so kriegen wir richtig, richtig scharfe, ja. Ähm, wir sind in dem, was wir machen, sehr gut, will ich behaupten. Ja, auch so mit Nähte und dass man keine Naht mehr sieht und so. Und der hat quasi mit Lupe überall rumgeguckt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er ist halt auf 10 Zentimeter rangegangen und hat alles sich angeguckt, obwohl ein Betragungsabstand, ein Abnahmeabstand von 1,50 vorgeschrieben ist. Egal, willst du deinem Kunden so nicht sagen, der will ja zufrieden sein. Auf jeden Fall hat er über diese gesamte Woche, die wir da waren, ähm, immer etwas auszusetzen. Ich will behaupten, ähm, ja, nee, das geht zu tief rein. Wäre jetzt auch kein schlecht machen, deswegen, ähm, ich will einfach nur diese Sache an sich ein bisschen bewerten. Und zwar, ich als Meister war da und habe mich um diese Baustelle gekümmert, hauptsächlich, ähm, dass die abgewickelt wird. Also ich war da und habe wirklich eine ganze Woche da gearbeitet. Habe dafür gesorgt, dass die Techniken an die Wand kommen. Wir haben eine Dekolasur aufgebracht an zwei Wänden. Wir haben, äh, Mustertapete an zwei Wänden geklebt und der Rest, äh, Raufaserweiß, äh, selber geklebt und weiß gestrichen. Und so, und haben dann die ganzen Anschlüsse halt dann schön, schön scharf gezogen. So, und am Ende war auch alles gut. Aber während der ganzen Bauphase war immer irgendwas auszusetzen und warum hier und warum da und kann man das nicht so? und mein, ja, und so. Äh, obwohl man gemerkt hat, dass, dass diese Person halt nicht viel Ahnung von diesem Handwerk hat, ja. Kann sein, dass in der Familie, äh, jemand Maler war, aber, ja, halt nur in der Familie und nicht, nicht jemand selber, ne. Und deswegen, äh, war das schon ein bisschen anstrengend. Auch so die Sachen, wenn die Dekola so fertig war oder die war fast fertig und der Kunde kommt zu einem und sagt, hier, frei raus, finde ich scheiße. Also nicht mal sowas wie, hm, finde ich noch nicht so gut, könnte man da nicht mehr Schlägereien oder noch dunkler oder noch heller oder was auch immer. Sondern, also nichts Konstruktives, sondern einfach nur die Aussage, finde ich scheiße. Würde ich nach einer Woche wieder neu machen. Und das kann dich entweder richtig krass persönlich treffen oder du sagst, hier, der kennt mich doch gar nicht, der meint mich gar nicht, der meint nur seinen eigenen Geschmack und sein eigener Geschmack würde da jetzt gerade nicht passen. Und es ist seine einzige Art, äh, und Weise, das auszudrücken, zu sagen, das finde ich scheiße. So, also brauchst du dich gar nicht persönlich angegriffen fühlen und deswegen bin ich auch, ähm, ja, äh, sehr, was soll man sagen, ich bin noch freundlich geblieben. Manch anderer wäre an eine Decke gegangen, ich bin freundlich geblieben. Und, äh, wir haben auf jeden Fall erstmal seine Frau dann runtergeholt und, äh, die hat gesagt, die findet es super. Ja, weil ich wollte ja im Prinzip beide Meinungen hören und sie hat gesagt, sie findet es super und, ja, wenn beim zweiten Auftrag die Schläge noch zu sehen sind, dann finde ich es, finde ich es noch besser und dass es ein bisschen dunkler wird und so, habe ich gesagt, ja, klar, ist eine Lasur, die wird dann eh dunkler und die Schläge werde ich, werde ich mich darum kümmern, dass sie beibehalten blieben, also beibehalten werden. Und dann war alles gut. Und dann war auch still. Und am Ende war alles gut. Also deswegen, selbst wenn er es jetzt nochmal überarbeitet, ey, wenn es bezahlt wird, es ist, ja, klar, es ist schade, dass dann das Kunstwerk flöten geht, gegen was Eigengemachtes denn, aber soll er mit seinen vier Wänden machen, was er möchte. Wenn wir kommen und die Deko oder so auftragen, dann ist da mein Job erledigt. So, was er danach macht, ist mir egal. Im Sinne von, was er mit dieser Wand macht, ist mir egal. Hauptsache, sie fühlen sich trotzdem wohl, weil wir da waren. So, weil unsere Arbeit gut ist. So, in dem Sinne. Und, äh, ja, am Ende war wirklich alles gut, trotzdem. Und am Ende hat er dann auch noch, äh, unsere, unsere zuvorkommende, saubere Arbeit gelobt. Hatte ich die ganze Woche über nicht gedacht. Hätte ich jetzt, äh, diesen Glaubenssatz entwickelt, oh, äh, mit den Kunden wirst du richtig streiten noch, oder, äh, ich werde an die Decke gehen, wenn er nochmal sowas und sowas sagt. Und das wäre dann eingetroffen, dann hätten wir einen richtig krassen Streit gehabt. Also auch so Rechtsstreit wahrscheinlich dann. Und, ähm, das wollen wir doch alle nicht. Deswegen bin ich immer so, ich bin ruhig geblieben, ich bin auch, ähm, freundlich geblieben, weil das einfach auch zu meiner Natur gehört. Ich will mich mit niemandem prügeln hier. Und auch nicht mental prügeln. Und deswegen, ja, letztendlich hat es vielleicht auch so ein bisschen abgefärbt. Und, äh, gezeigt, dass ich jetzt nicht, äh, in diesen Streit, äh, mit, mitmachen möchte, sondern ich hab's versucht trotzdem, ähm, so gut wie möglich zu machen und, äh, es auch recht zu machen. Er wollte nämlich zum Beispiel die Lasur, die auf die andere Wand kommt, ein bisschen heller haben. Also bin ich nochmal losgefahren, hab Mixol geholt, hab das dann, ähm, ein bisschen, ähm, dünner gemacht. Ich hab die, äh, den Schuss weiß verpasst. Wir sind locker zwei Nuancen, äh, heller gekommen. Und dann war alles gut. So, also ich bin entgegengekommen, äh, ich, ja, hab sozusagen alles, was in meiner Macht stand, getan, dass es am Ende eine gute Sache wird, die, ähm, auch noch dem Kunden natürlich gerecht wird und deren extra Ansprüche, so. Und deswegen sag ich einfach, sei du selbst, ja, sei aber auf einer freundlichen Basis und nicht aufbrausen. Versuch es nicht persönlich zu nehmen. Ich hab lange dafür gebraucht und brauch auch immer noch ein bisschen dafür, um Sachen nicht sofort persönlich zu nehmen, ähm, um dann auch mich auf das gleiche Niveau herabzulassen, ähm, was eventuell ein anderer drauf hat, um einfach ein bisschen zu provozieren und zu stänkern, ja. Warum denn? Habe ich doch keinen Grund für. Und ich hoffe, dadurch, dass du das jetzt auch weißt, wie sowas abläuft, weil viele, ähm, ich bin ja selber, äh, jetzt, sagen wir jetzt mal, 22 Jahre so rumgerannt in dem Sinne von, ich hab das selber nicht wahrgenommen, ist es aber, ist es aber passiert. Es ändert ja nichts, dass es, dass es passiert, dass ich, ähm, spiegel, also, dass ich andere Leute spiegel, deren Verhalten oder, dass ich mir Sachen persönlich nehme, obwohl die mich ja gar nicht kennen oder, oder, oder. Ja, also, es kommt ja erst mit der Entwicklung, mit dem Interesse, wie läuft das eigentlich in einem Kopf von einem Menschen ab und, äh, mit den Emotionen und so. Und dementsprechend finde ich das einfach unheimlich interessant und finde ich auch super, dass ich jetzt mit knapp 24, ähm, ja, das auch für mich so ein bisschen steuern kann. Und das finde ich cool, weil Eskalation kann man damit super umgehen. Man kann, äh, sich eventuell auch Stammkundschaft so mitschaffen und natürlich auch mit Kunden, mit denen man sich halt super dann versteht. So, hatte ich auch schon mal, dass, dass ein Kunde, ähm, erst so aufbrausend war, weil man ihm eventuell nicht so richtig entgegengekommen ist oder was auch immer und sich das dann im Wind verflogen hat, weil man freundlich war. Einfach, weil man freundlich war. Und das finde ich super. Also, kostet doch nichts, wenn man freundlich ist, oder? Ich, äh, würde mich sehr freuen, wenn du irgendwie einen Kommentar da lässt oder so, ob du es unterschreiben kannst, dass es, äh, ja, stimmt. Ähm, sobald ich freundlich geblieben bin, ist der mir gegenüber auf einmal auch freundlich geworden oder so. Vielleicht hast du es ja schon mal erlebt, ich bin mir da ganz sicher. Ähm, schreib es gerne mal in die Kommentare, ob du es auch für dich so unterschreiben kannst. Auch sämtliche Anregungen wegen anderer Themen oder so, schreib es gerne mal in die Kommentare. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen, ja, Tag, Abend, Mittag, was auch immer, wann du dir das auch immer anhörst. Bis dann zum nächsten Podcast-Rück. Ciao.